Heute mit FFP2-Maske. Und diesmal ist die Freude sehr groß, wenn ich sie abnehmen kann. Ansonsten war ich immer froh, dass ich so eine Maske habe, wenn ich einkaufen gehe. Jetzt bin ich einfach froh, wenn sie runterkommt, denn sie drückt, es juckt, es ist warm und vor allen Dingen, es zwickt hinter den Ohren. Deswegen an dieser Stelle. Du hörst Marius' Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marius' Lebensimpulse hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Dies ist die Sendung für deinen Persönlichkeitskick und in dieser Sendung geht es um zentrale Lebensthemen und darum, wie du das Leben leben kannst, das sich dein Herz wünscht. Ich heiße Marius' Schäfer und darf dich jetzt zwei Stunden begleiten mit Musik und ein bisschen Weisheit und ich weiß nicht, ob man es hört. Ich trage eine FFP2-Maske, weil ich das sonst ja nicht muss, außer beim Einkaufen etc. Und es gibt ja genügend Leute, die das beim Arbeiten machen müssen. Und ich wollte jetzt einfach mal wissen, wie fühlt sich das denn an, so eine Maske länger zu tragen. Und das mache ich jetzt erst seit ein paar Minuten. Meine Lesebrille ist schon beschlagen. Von der Luft her geht es noch. Die Ohren zwicken schon ein bisschen. Also ich bin gespannt, wie sich das nach zwei Stunden anfühlt. Ich werde berichten und habe natürlich sonst noch ein paar andere Sachen auf Lager. Aber und vor allen Dingen viel Musik. Damit fangen wir jetzt auch an. Zu Hause Adel Tawil. Das war Indian Summer, J. Wolf, das Lied davor. Und das eben, das war Varduna mit Vindavia. Ja, und da bin ich ganz doll inspiriert von einer Serie The Last Kingdom. Denn davor habe ich Vikings geguckt mit großem Interesse. Das heißt, im Moment bin ich so auf dem Wikinger-Trip und dementsprechend begegnet mir diese Musik. Und habe da ein paar Lieder mitgebracht, die mir da gefallen. Und ich habe es eben gesagt, heute mit der FFP2-Maske hier im Studio. Deswegen, wenn es raschelt, dann ist das mein Bart und die Maske am Bart oder umgekehrt. Und ich merke schon, dass mit dem Atmen ist eine besondere Herausforderung. Deswegen jetzt schon mal mein großes Lob an alle, die mit so einer Maske arbeiten müssen über einen längeren Zeitraum. Da darf man, glaube ich, das Atmen nochmal neu erlernen und bewusst atmen und nicht irgendwie nur so vor sich hin hecheln. Im Laufe der Sendung werde ich weiter berichten, wie es mir ergeht. Bis jetzt geht es mir gut. Diese Bindel drücken am Ohr. Aber sonst geht es mir gut. Ich möchte, werde in einer meiner nächsten Sendungen über Spiritualität sprechen. Die Grundfrage ist, was bedeutet Spiritualität, beziehungsweise was bedeutet Spiritualität für dich? Daher mein Aufruf, wenn du dich da in irgendeiner Form beteiligen möchtest, wie auch immer das aussieht, dass du da einen großen Bezug oder gar keinen Bezug oder ein bisschen Bezug hast, freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest. Geist gerne per E-Mail an info at marius-schäfer.de info at marius-schäfer.de oder eine WhatsApp an die 0170-6564-165. 0170-6564-165. Ich freue mich, wenn du Lust hast, dich da zu beteiligen, in welcher Form auch immer, damit wir da ein bisschen einen Erfahrungsaustausch machen können, einen Meinungsaustausch. Was bedeutet für dich Spiritualität? Deuter. Ja, deuter ist das mit Koya San. Und davor, das waren Janine und André mit Jetzt und Hier. Und davor, das war Shiva Savasana von Janet Stone und anderen. Und das mag ich besonders und erinnert mich an ein Event, bei dem ich gewesen bin, bei Muji. Da ein Satzang, ein Fünf-Tage-Schweige-Retreat, was ich mit meiner Mutter besucht habe. Also wir waren natürlich jeder für sich, weil es ist ja ein Schweige-Retreat. Und da geht es darum, dass man zu sich kommt und im Außen keine Ablenkung hat. Deswegen sind die Regeln dort so gewesen, dass man eben nicht spricht. Also fünf Tage schweigen und auch keinen Augenkontakt mit anderen aufnehmen, um auch da nicht irgendwie dann versuchen, irgendwie sich was zu holen, was zu geben, sondern ganz zu sich zurückzukommen. Und besonders spannend fand ich das auch, weil ich mit drei anderen Männern mir ein Zimmer geteilt habe und jetzt auch im Nachhinein überhaupt nicht sagen könnte, mit wem ich da gewesen bin. Da war keinerlei Kontakt und es war trotzdem sehr angenehm. Es war eben jeder für sich, ich für mich. Und ich musste keine Rücksicht nehmen, sondern konnte einfach für mich sein, ohne jetzt die Energie für andere aufwenden zu müssen. Und das war generell so. Das heißt, da ist mir dann aufgefallen, wie viel ich bei anderen bin mit meiner Aufmerksamkeit, mit meiner Energie, mit meiner Achtsamkeit und wie oft ich mich dabei dann vergesse, mich selbst verlasse. Insofern war das eine wundervolle Erfahrung, um wieder zu mir zurückzukommen. Meditation spielt natürlich auch eine Rolle, das Essen, wenig Programm, trotzdem früh aufstehen, eben mit meditieren, viel sitzen im Sein. Und auch die Musik ist ein wichtiger Bestandteil. Und bei den Satsangs heißt ja immer, dass vorne der sozusagen der Meister sitzt und Fragen beantwortet von und für diejenigen, die Fragen haben und alle anderen das einfach auch auf sich wirken lassen. Das habe ich halt sehr kraftvoll empfunden, sehr herzlich, sehr offen, sehr liebevoll. Und die Musik, deswegen komme ich im Grunde genommen drauf, die hat mich da auch besonders berührt. Das war für mich eins der Highlights dann. Die haben einfach so toll gesungen, da werde ich mal ein paar Lieder noch rauskramen. Es gibt eine Aufnahme, die ich von einem Online-Event habe, die hier wahrscheinlich nicht spielen darf. Nur als ich das gesehen habe, da liefen mir die Tränen. Also das ist so herzberührend gewesen und einfach so schön, dass ich mir das immer wieder gerne anhöre. Ja, und das Lied Shiva Savasana, das geht so in die Richtung von der Musik, die da gespielt wird. Und ich verstehe ja gar nicht, was die da singen und trotzdem berührt mich das immer wieder. Und das ist auch einer der Teile, die ich daran sehr mag. Einfach gar nicht drüber nachdenken, sondern mich einfach berühren zu lassen. Ja, dann braucht es auch nicht mehr. Da fehlt mir sozusagen nichts. Einfach ein bisschen raus aus der Birne, wie Janine und André eben gesungen haben im Hier und Jetzt sein. Das hilft, um dann einfach festzustellen, ich habe doch alles, was ich brauche. Nichts fehlt. Nichts fehlt. Als erstes Philipp Dittberner und Marv und danach Better Tomorrow von Matt Simons und das eben Master KG mit Jerusalemer. Und das Lied ist dir vielleicht auch schon über den Weg gelaufen, denn das ist das Lied, zu dem im Moment ganz viele Leute tanzen. Da gibt es auch ein wunderschönes Video. Ich weiß gar nicht, ob es das Musikvideo ist, ursprünglich zu dem Lied. Es gibt auf jeden Fall ein Video auf den bekannten Videoplattformen, wo einfach Menschen zu tanzen aus Südafrika. Ja, ich weiß nicht genau von wo. Es hat mich auf jeden Fall an meinen Besuch in Namibia erinnert. Das heißt, da ein sehr ärmliches Dorf und trotzdem strahlen die und haben einfach so eine Freude, zu diesem Lied zu tanzen. Das haben inzwischen ganz viele nachgemacht und das scheint im Moment the shit zu sein. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall mal das Video reinzugucken, denn wie ich finde, es animiert wirklich einfach schön zum Tanzen. Ja, die erste Stunde ist fast rum. Ich habe gesagt, ich mache heute den Maskentest. Wie ist das, wenn ich hier mit FFP2-Maske sitze und arbeite? Das ist ja gar keine Arbeit. Und sende. Andere arbeiten damit, das wollte ich sagen. Und es fängt an, mich zu nerven. Also es juckt vor allen Dingen. Ich bin ja leichter Bartträger und es wird warm und mein Bart fängt an zu jucken. Und diese Bändel sind einfach zu eng. Vor allem auf der einen Seite, da zwirbelt das schon ganz schön. Und ich habe jetzt schon mehrfach den Impuls gehabt, diese Maske einfach abzuziehen. Aber ich ziehe es jetzt durch. Sogar mir vorgenommen, ich werde weder was trinken noch was essen, sondern das Ding einfach mal konsequent zwei Stunden lang aufhaben und schauen, wie es mir damit geht. Jetzt gibt es erstmal weiter Musik. Ich hatte es vorhin gesagt, ich bin im Moment ein bisschen inspiriert. Vielleicht hast du es mitbekommen von Vikings und ähnlichem. Und auch mit solcher Musik geht es gleich weiter. Zuerst einmal Snake Pit Poetry von Elna Selvik. Vincent Weiss, wer, wenn nicht wir. Davor Hermann Elik, Hermann Elik von Garmarna. Ja, zwei schöne Lieder, wie ich finde. Du hörst Marius' Lebensimpulse auf Radio Rheinwelle 92,5. Ich heiße Marius Schäfer und darf dich jetzt noch knapp 50 Minuten begleiten mit viel Musik. Und ich bin ganz ehrlich und einem etwas genervten Marius, denn er sendet, also ich sende heute mit FFP2-Maske. Und das schlimmste Moment sind diese Gummibänder, die so hinterm Ohr zwicken. Und jetzt verstehe ich auch, wozu diese kleinen Plastikteile da sind. Die macht man ja da hinten dran, damit es da weiter zusammen geht. Und ich dachte mir, einfach damit die besser halten, meine Ohren halten doch genug. Doch genau, das ist das Problem. Die Ohren kriegen den ganzen Zug ab. Hätte ich dieses kleine Plastikteilchen doch bloß mitgenommen, dann wäre es besser. Und, habe es eben gesagt, es juckt immer mehr. Ich bin jetzt schon froh, wenn ich das Teil wieder ausziehen kann. Und bin gespannt, wie gut ich das noch durchhalte. Neulich habe ich mich gefragt, sind eigentlich die Menschen, die jetzt sich weigern, eine Maske aufzuziehen und auf die Demos gehen und gegen Corona demonstrieren? Ob der Virus das mitkommt, mitbekommt, ist nochmal eine andere Frage. Sind das eigentlich auch die Menschen, die vorher gegen das Vermummungsverbot demonstriert haben und sich bewusst vermummt haben? Die sich bewusst einen Schal vor das Gesicht gezogen haben? Und ich will das jetzt nicht lächerlich machen, nur die Frage im Endeffekt ist ja, ist das einfach grundsätzlich eine, ich bin dagegen, ich bin dagegen Einstellung? Da ist nichts verkehrt daran, irgendwo dagegen zu sein, nur wenn es eine Grundeinstellung ist, ich bin immer dagegen, dann wird es schwierig. Ich bin dagegen, dass alle dagegen sind. Nein, da bin ich dagegen. Wo endet das dann? Ah, ein spannendes Thema. Mula, I'm the dog of the bay. Schöne Version. Nimm meine Hand, Andreas Burani. Schöner Text. Und davor Lex van Someren, oder Someren, Om Bhagavan. Auch schöne Version. Das ist eins der Lieder, was ich schon etliche Male rauf und runter gehört habe. Ich hatte 20 Jahre lang, kann ich sagen, Probleme mit dem Einschlafen. Ich bin dann immer nur ins Bett gegangen, wenn ich sozusagen schon ins Koma gefallen bin. Ich wusste da keine Alternative. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Und ich habe das gehasst. Ich habe es gehasst, im Bett zu liegen und nicht einschlafen zu können und trotzdem müde zu sein. Und die Wende kam, als ich, und das klingt jetzt aber, das klingt in meinem Kopf zumindest komisch, ich sage es mal, dann merke ich, wie es wirklich klingt. Die Wende kam dann, als ich angefangen habe zu meditieren. Damit will ich nämlich nicht sagen, dass Meditieren irgendein Allheilmittel ist. Ich habe durch mehr oder weniger glückliche Umstände angefangen, nach innen zu schauen. Und ich behaupte mal, das war ein wichtiger Teil. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass ich mir ein kleines Ritual erstellt habe, bei dem ich dann abends immer ein und dasselbe Lied gehört habe. Und das war ein Lied, was am Ende von einer Meditation kam. Und in dieser Meditation war ich einfach so tief berührt, angenehm. Und dann kam dieses Lied. Und dann war der Impuls da zu sagen, und das Lied mache ich mir jetzt zu einer Playliste. Beziehungsweise, das ist dann das letzte Lied in der Playliste. Und so ist dann die Playliste etwas gewachsen. Dann nannte ich so zwei, drei, vier Lieder. Und das Om Bhagavan war eins davon. Das habe ich, ich glaube, vier, fünf Jahre lang gemacht. Das heißt, heute schlafe ich nicht mehr mit den Liedern ein, sondern jetzt bin ich so glücklich gesegnet, dass ich mich fast nur noch ins Bett legen brauche und dann auch direkt einschlafen kann. Ich habe auf dem Jakobsweg, wo ich inzwischen öfters unterwegs war, mir noch eine Technik angeeignet, um besser einschlafen zu können. Denn es ist dort an der Tages- bzw. Nachtordnung, dass jemand schnarcht. Da gehöre ich auch manchmal dazu. Ich habe da schon vieles ertragen müssen. Und weil das eben einfach normal ist, dass dort irgendwo jemand schnarcht, habe ich, wie gesagt, eine Technik mir angeeignet, die es mir noch leichter macht, einzuschlafen. Und die Kurzversion ist, auch das klingt erstmal komisch in meinem Kopf, weil es so logisch ist, das ist zu sich kommen, das heißt zu mir kommen. Mit der Aufmerksamkeit von dem Schnarchenden durch den Raum zu gehen und bei mir anzukommen, in der Mitte des Kopfs und dort zu bleiben. Und immer, wenn ich gemerkt habe, oh, jetzt bin ich aber abgerutscht, bin wieder bei dem Schnarchen, weil das ist ja so laut, so unangenehm, und dann wieder den Weg durch den Raum zu mir und mich in mir selbst verankern. Und ich war und bin immer wieder erstaunt, wie schnell das dann auch funktioniert hat. Und was mir auch geholfen hat, Schnarcher zu akzeptieren, ist nicht nur, dass sie ja nichts dafür, in dem Moment nichts dafür können, sondern ich habe mich gefragt, warum macht mich das so aggressiv? Warum stört mich das Schnarchen des anderen so sehr? Bis ich dann da drauf gekommen bin, es ist der Aspekt gewesen, dass ich es nicht kontrollieren kann, in welcher Intensität es kommt, dass es kommt, wie es kommt. Ich konnte es nicht einschätzen, nicht abschätzen, sondern es hatte immer eine Variation. Und das hat mich einfach zu sehr angetriggert. Und wenn das jetzt ein Bächlein wäre oder ein Regen, der prasselt, dann hat es eine gewisse Kontinuität. Und die war da nicht. Das heißt, in dem Moment, wo ich das akzeptiert habe, dass ich das nicht kontrollieren kann, ist es einfacher geworden. Dann dieses Zu-mir-Zurückkommen, dann wurde es richtig einfach. Und in Gedenken an das Lied, was ich beim Einschlafen immer gehört habe, das werde ich jetzt spielen, hoffe ich, dass ich jetzt nicht in einen Tiefschlaf hervorgehe, sondern mich einfach an diese schöne Zeit erinnere, wo ich diesen Weg für mich gefunden habe. Das Lied, von dem ich gesprochen habe, nennt sich One Thousand Angels von Bliss. Song von John Denver. Davor, Nas Alturas, habe ich schon öfters gespielt. Ich mag das einfach. Chandra Edgar. Und davor, ja, das waren die One Thousand Angels von Bliss. Hatte erzählt, wie ich zu diesem Lied gekommen bin, welche Bedeutung das für mich hat. Und es war schön, mich daran eben einfach zu erinnern. Ja, du hörst mal das Lebensimpulse hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Dein lokaler, nicht kommerzieller Sender im Raum Wiesbaden und Mainz. Und das ist ein Radiosender, wo alle ehrenamtlich arbeiten. Und wo es keine Werbung gibt. Und das heißt, es geht immer um die Sache. Und das finde ich sehr schön. Vielleicht hast du Lust, mal auf die Webseite zu surfen. Das ist radio-rheinwelle.de. Und vielleicht hast du Lust, den Sender und damit uns die Arbeit, die hier gemacht wird und die vor allen Dingen viel im Hintergrund gemacht wird, in irgendeiner Form zu unterstützen. Dann kannst du das tun. Alle Informationen dazu findest du auf der Webseite. Vielleicht kommst du aus der Gegend, hast selbst mal Lust, Radio zu machen. Vielleicht passt das in irgendeiner Form. Auch diese Informationen findest du auf der Webseite. Ich habe es gerade gesagt. Viel findet im Hintergrund statt. Das heißt, jeden Tag kommen hier Menschen in das Studio, in die Büroräumlichkeiten und sorgen dafür, dass das hier überhaupt funktioniert. Dass hier ein Radio gemacht wird und ich schiebe hier zu dem Banner rüber, der hier hängt mit, jetzt komme ich mit der Maske gegen das Mikrofon, der das Motto ist, wir senden gegen den Strom. Und das seit vielen Jahren. Ich glaube, es sind, sind es schon 25 Jahre? Ui, da muss ich mal nachfragen. Ich bin ja noch nicht so lange dabei, es sind erst zweieinhalb Jahre, glaube ich. Und an der Stelle ein großes Dankeschön von mir an die Leute, die da im Hintergrund arbeiten und das alles möglich machen, dass das hier läuft und funktioniert. Danke, danke, danke. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und es macht mir auch immer wieder eine große Freude. Heute mit FFP2-Maske. Und diesmal ist die Freude sehr groß, wenn ich sie abnehmen kann. Ansonsten war ich immer froh, dass ich so eine Maske habe, wenn ich einkaufen gehe. Jetzt bin ich einfach froh, wenn sie runterkommt, denn sie drückt, es juckt, es ist warm und vor allen Dingen, es zwickt hinter den Ohren. Deswegen an dieser Stelle ein großes Lob an alle, die das durchhalten und mein großes Mitgefühl an alle, die solche Masken täglich über Stunden tragen müssen. Das wäre für mich eine sehr große Herausforderung. So, bevor es gleich zum Ende der Sendung kommt, spiele ich nochmal ein Lied, um auf die schönen Seiten des Lebens hinzuweisen. Und zwar What a Wonderful World gesungen von Katie Melua. Mutiges Herz, sag mir, was du fühlst, ja, das fragt Ode Will. Das ist eine gute Frage, eine wunderbare Frage. Und das bedeutet, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich bin froh, wenn ich die Maske gleich runternehmen kann, wenn ich wieder frische Luft atmen kann. Das war ein schönes Experiment und hat meine Demut noch größer gemacht vor dem Leben und vor allen Maskenträgern. Demnächst das Thema, was bedeutet für dich Spiritualität, wenn du möchtest. Kontaktiere mich, wenn du was dazu beitragen möchtest, an info at marius-schäfer.de Jetzt wünsche ich dir eine schöne Zeit. In zwei Wochen bin ich wieder da mit der nächsten Sendung. Ich freue mich sehr darauf und ich hoffe, dass du gesund bist, dass du gesund bleibst und denke mal daran, du bist wundervoll.